Ruff, ruff, shhh, Puppen-Mama! La 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 la, die Wäsche ist trocken. La la la. Ich helfe jetzt, Alter. La la la. Danke, Lolli. Hm, sollen wir nach draußen gehen? Oh, ja! Bringst du bitte hier draußen Schuhe? Hopp! Danke! Hm, sind die Schuhe zu klein, Alter? Hm, ich glaube schon. Ja, die sind zu klein. Wir müssen neue Schuhe kaufen. Los gehen wir! Hier ist das Portemonnaie und jetzt können wir gehen. Gag, 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 gag. Ja, wo bleiben denn die Kunden? Gag, 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 gag. Gag, 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 gag. Gag, 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 gag. Gag, 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 gag. Da gibt's Spielzeuge! Juhu! Wow, das Spidermobil! Vum, 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 vum. Vum, vum. Hopp! Wow, hier gibt's auch Robo-Copoli! Dieser Laden gefällt mir. wie kann ich ihnen helfen ich möchte für raussure kaufen ich zeige ihnen wo sie sind hier oben oh danke die gummi stückchen sind schön aber ich brauch schon mal schuhe wie wärs denn mit diesen schuhen diese schuhe haben eine sehr gute qualität wir probieren sie mal an prima die passen wie viel kosten die die schuhe kosten 20 euro 10 20 bitteschön loli spielt immer noch mit dem auto loli lass uns spazieren gehen mal gucken ob rose mit ihren neuen schuhen laufen kann wie viel haben die schuhe kostet schreibt mir in die kommentare tschüss Tschüss. Gag, 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 auf Wiedersehen. Gag, 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 gag.